Höhle. Ja. Ja, wir sind gerade ein bisschen still. Ein bisschen blöd ohne Brot. Wo bist du gerade? In Ausgang? Oh, ich hab das Ende jetzt hier. Ne, noch nicht. Man geht hier rein und hier ist Ende. Okay. Ich hab das Ende gebaut. Warte, ich seh das. Kann sein, dass das einfach ein gerade Gang ist. Ja, das ist ein gerade Gang, aber der wird noch so viel verzweigt. Aber den... Ich würd sagen, hier einmal um die Ecke, weil... Ja, so sieht man ihn ja von weitem. Oh, ich muss so Replace ihn hier. Bah. Okay. Jetzt haben wir cooler. oder ok So, bald haben wir es hier. Aber wir werden die Welt erst verlinken, wenn sie fertig ist. Also nicht aufregen, dass ihr das auf einmal nicht in der Videobeschreibung findet. Aber sobald sie fertig ist, werden wir es in jedem Video, wo wir das Bild machen, reinstellen. Oh, diese ganzen Höhlen, die nerven. Ja, gut. So weit, so gut. Ja, aber ich finde, es ist noch ein bisschen zu einfach, oder? Ja, es ist noch ein bisschen zu einfach. Ja, hier wird noch einmal was Schwäges eingebaut. Ja, Gravel muss auch weg. Am besten ist immer, wenn wir Kreuzungen bauen. Ja, der nimmt ja mit 30 auf, dann zeigt er auch 30 an. Also das Höchste. Außer wenn es der jetzt lag, dann zeigt er weniger als 30. Bei mir schwankt er immer so. Ja, ich habe gerade 31 angezeigt. Für so Millisekunden oder so. Sonst habe ich auch immer über 500. Wir müssen das ja eh alles am Ende zusammenschneiden. Also ich setze mir nochmal eine Festplatte extra für 60. Wie viel hast du denn? Weil die Leute so schnell voll. Okay, ich habe 500, aber... Oh, ein Terabyte. Ja, für die Leute, die das nicht wissen, das ist ein 1.000 Gigabyte. Ja, es gibt ja immer so welche, die wissen sowas nicht. Und wir werden nicht... Ich wiederhole nicht. Ich werde jetzt mal eine Folge rausbringen. Der direkt mehrere macht. Ja, weil sowas können wir uns manchmal nicht halten. Ja. Ist man richtig schlecht dran. Und auch uploaden und so. Also rendern. Also wir machen jetzt mehrere Parts, die wir dann über Tage verteilt hochladen. Also ich versuche schon jeden Tag eine rauszubringen, aber versprechen kann ich es nicht. Ich sage es einfach so, wie es ist. Hier im hinteren Teil ist noch ein bisschen einfach. Ich glaube, ich habe noch nicht mehr, wo es rausgeht. Ich glaube, ich habe noch nicht mehr, wo es rausgeht. Im Ernst? Das ist kein Schwaches. Ja, so, ich bin draußen. Ich gehe mal rein. Ja, den Trick kenn ich. Da gehe ich direkt mal hier lang. Oh, es ist zugebaut. Und... Ja, es gibt so eigentlich so viele billige Sachen, aber die weiße G, die wissen nicht alle. Schnell mal kurz Minimap aus, nur mal und so. Wie geht das nochmal? Ja, ähm... So. Es sind ja die Koordinaten, aber es ist enger. Und hier ist ein Loch drin. Ein Block tief. Ja, so. Warte, man... An manchen Stellen auch nicht recht gut. Ja, dann geht man hier so lang, dann kann man hier noch ein bisschen schlaufen. Ich fahre immer in diesen Endgängen, wo es nicht weitergeht. Ja, das ist eigentlich recht leicht. Der Trick ist eigentlich... Alle die Ohren zu, ihr dürft es nicht wissen. Immer rechtlich bleiben. Links, meine ich. Entschuldigung. Ja, Problem ist, wenn man... Das funktioniert jetzt, glaube ich, nur, wenn man... Also, wenn man jetzt gerade bei so einem Block ist wie Frost, die eben... Zum Beispiel wie hier, und ich gehe die ganze Zeit links lang, dann renne ich im Kreis. Ja. Ja, wenn man... Ja, einfach nicht immer an der Wand klein. Da kann man nichts falsch machen. Außer man ist... Der zeigt sogar die Gerade an, wie ich mein Kopf bewege. Also, das 0... Das 90... Das 180... Das 200... Ne... 270... Das 160... Äh, jetzt habe ich mich schon selber verlaufen. Oder? 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 Ja? Ja, ich bin Gauss. Joooooooooo... Ähh... Nach vorne und zu... Ich stelle einmal kurz mein Mikro, stummig, ich gehe in was Klenz trinken. Ich finde hier nicht raus. Scheiße. So, bin wieder da. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das mit meinem Mikro ausschalten geklappt hat, aber ich hoffe ja. Oh, ich gehe jetzt die ganze Zeit rechts lang. Kein Bock mehr. Ja, ich gehe jetzt wieder neu rein, also. Bestimmt nicht, ah. Ah, nee, das hier end. Deswegen bin ich auch so schnell. Das fällt, ich sehe die Blöcke manchmal nicht. Warte. Ich kann auch nicht hier, wie gerade aussehen. Das hat selber nicht mehr, wo ich lang muss. Ja. Falls du es wirst, wie lang muss. Ich lasse es mir in die Kommentare, ich habe es schon geschafft. Ja, jetzt seht ihr wie, ich bin so abhängig von euch da. Wenn ihr jetzt... Ohne euch hätte ich das jetzt nicht geschafft. Egal. So, äh, Kisten haben wir noch vergessen. So, ich bin am Ende. Wo ist ein Chip? Ja, egal. Ist ja noch die erste. Ich renne mal einfach... Ich glaube, ich werde meine FPS ein bisschen höher stellen, obwohl es richtig läuft. Aber auch mindestens 26, glaube ich, damit es flüssig wirkt. Obwohl ich mir diesen 30 FPS auch nicht... Auf Süßen wirst du hochladen, auf... Ich lasse HD hoch. Kann man deine Qualität stellen? Original. Ich lade vielleicht Original. Ja, das ist aber so ein Problem bei YouTube, weil das kann nur HD, Full HD und halt die kleineren, wenn man so in der Mitte sowas hat, dann lädt er das, ne, schlechtere, glaube ich schon. Ah, ne, man kann ja auch ein Original auswählen, ne? Meuerdings. Ja. Ja, keine Ahnung. Was ist, wäre das Original? Und was wäre das? Welche Qualität? Glaub ja. Wie viel Pixel so? HD? 4, 4. Wie meinst du das jetzt? Ich seh dich nicht. Ja. Achso, ich teleporte mich zu mir selber. Ha. Mit 6. Nein, Spaß. Okay, hier ist das Ende. Den Gang hast du noch kopiert. Kannst du den einfügen? Hm. Ja, ich guck gerade. Okay. Achso, eingefügt. Aber hier ist ja passend. Oh, das ist aber echt ein Scheiß mit den ganzen Redstone-Sachen, oder? Wo das irgendwie voll verpackt hier aussieht. Oh, ne, das war irgendwie in der Luft. Wieso? So. Ja, soll ich mal einen etwas längeren Gang machen? Oh, ne, so reicht vollkommen aus. So, den Gang hab ich ja immer noch kopiert gehabt. Das machen wir dann hier. Das war jetzt. Sollen wir nochmal ein schweres Run-and-Run machen? Okay. Oder mit 9 Blöcken? Diesmal fällt man... Ne, doch, mit Lava. Also, zum Beispiel, äh... Der Herd... ...Eis oder so. Was soll ich denn? Wie meinst du? Oh, ja, das ist gemeint. Und am Ende... Ne, so Mitte ungefähr machen wir immer mit Lava. Und dann am Ende, wenn man falsch springt, fällt man es nicht. Aber eigentlich ist das das gleiche wie Lava. Und stirbt. Die haben nur das geiler... Ne. Oder man fällt durch ein Portal ins End und muss den Ender-Drankeln. Oh, das ist gemeint. Ja, aber wir müssen das auch alles schön gemein werden. Ich würde auch nicht vorstellen, wobei manche Multiplayer-Welten... Die haben dann noch die normale Welt, dann die Adventure-Welt. Und halt die End-Welt. Und wenn die dann über die Adventure-Welt in das Ende kommen, kommen die wahrscheinlich in die End-Welt von der normalen Welt. Und da waren dann ja meistens schon die User. Also ich würde es nicht vorschlagen. Okay, also erstmal... Koordinaten. Wieder aufschreiben. 8, 44, 57, wenn das jetzt... Könnte sein, dass es gleich mal ein bisschen leckt. Ja, aber ich mache jetzt halt nur etwas berücksichtige Fläche. Ja. Also, das war Spawn Point. Ja, also... Das ist gar nicht so viel, eigentlich. Ja, 6.000 Blöcke. Okay, ist... Scheiße. Ah, ich schaffte mir schön vergessen, drüber zu laufen. Verzell. Früher noch? So, wo bist du? Da, wo es gelegt hat und dann ein Server aufgestürzt ist. Ja, da hatten wir einen Spawn gebaut, einen richtig fetten. Das war so ein riesiger Tempel. Ja, da habe ich ein bisschen übertrieben, als ich die Fläche bauen wollte und schon ist das Server abgekackt und ich hatte... Also, okay, als er dann wieder gestartet wurde, war die Fläche da. Was da... Aber davor stand, auch als er abgekackt ist... Bestimmt... Das waren bestimmt... Milliarden... 80 oder 90 Milliarden Blöcke, die ich hier gemacht habe. Ich habe einen nellenden Bleck zu machen. Vielen Dank.